100 Sekunden Info, 100% Wissen, Vasektomie. Stefan, 35, Familienvater und Lebensgefährte. Kurz gesagt, ein Mann im besten Alter. Das will er jetzt mit seiner Frau genießen. Sie wissen, was ich meine. Die Familienplanung ist abgeschlossen und es ist Zeit für Genuss ohne Sorge vor einer weiteren Schwangerschaft. Als Mann der Tat will er die Verantwortung übernehmen und hat dafür zwei Möglichkeiten. Er kann ein Kondom verwenden, das hält er für sehr unbequem. Oder er kann eine Vasektomie vornehmen lassen. Doch darüber hat er so einige Mythen gehört. Mythos 1. Der Sex wird dadurch schlechter. Ganz im Gegenteil. Die Hormonproduktion sowie die Erektionsfähigkeit bleiben vollständig erhalten. Und die hohe Sicherheit vor einer Schwangerschaft bietet ein ganz besonderes Hochgefühl. Mythos 2. Man hat dadurch Nachteile. Der Eingriff wirkt sich nur auf die Fruchtbarkeit aus. Es gibt keine weiteren Auswirkungen auf die Prostata oder andere Bereiche des Körpers. Mythos 3. Der Eingriff ist kompliziert. Die Wahrheit ist, er dauert gerade mal 20 Minuten. Da braucht selbst Stefan im Bad länger. Eine Vasektomie ist praktisch schmerzlos und wird ohne Skalpell durchgeführt. Direkt in der Ordination des Urologen. Genial. Beeindruckt? Finden Sie Ihren Arzt unter www.urologisch.at Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020